Es gibt einen Mann in diesem Raum, den interessieren die folgenden Fragen. Wie können wir als professionelle Begleiterin mit unseren Coaches, Klientinnen und Klienten, Kunden und Kundinnen gemeinsam erkunden, was sie als Person wesentlich ausmacht und wie sie dies auf beruflichen, privaten und öffentlichen Bühnen sinnvoll in die Welt bringen können? Das bezeichnet er als praxisbezogene Persönlichkeitsentwicklung. Wie können dabei Körper, Zeit und Raum eine angemessene Rolle bekommen? Hier ist der Fokus bei Inszenierungen und Aufstellungsformaten. Wie können wir gemeinsam ein Bewusstsein entwickeln und leben, das uns, den Mitmenschen heute und morgen, der lebenden und unbelebten Natur als Einheit begreift und entsprechend handeln? Das bezeichnet er als Bewusstseins- und Nachhaltigkeitserforschung. Ich freue mich, Wolfram Jokisch, Lehrtrainer am ISB, auf die Bühne zu bitten. Ja, vielen Dank für die Gelegenheit. Ja, es ist ungewohnt für mich hier. Also ich bin eher so auf der Kleinkunstbühne sonst unterwegs. Das ist für mich schon relativ groß. Aber ich habe mir das erleichtert, so wie ich das immer mache und das passt aus meiner Sicht bereits zu diesem Thema, das wir hier haben. Also wie passiert Dialog? Und wer dialogisiert mit wem eigentlich? Und auf welche Weise? Und das Erste ist natürlich ihr und ich. Das andere, wie ich das immer mache, ist ich und Bücher. Und dann gibt es noch den Teil ich und ich. Also ich in mir. Also wenn ihr, ich wurde gefragt Anfang, ich glaube im Frühjahr oder wann, ob ich das hier machen würde, dann habe ich so locker Ja gesagt. Weil es war ja noch weit hin. Und dann habe ich das Thema, mir ein Thema ausgedacht und habe gedacht, da habe ich was dazu zu sagen. Also so prima vista, habe ich gedacht, ja, fällt mir schon was ein. Ist mir auch eingefallen. Habe ich dann auch gleich ordentlich ein bisschen aufgeschrieben. Und dann habe ich das gemacht, was ich sonst auch immer mache. Wer weiß denn dazu sonst noch was? Und das mache ich meistens über Bücher und da gibt es natürlich Leute, die haben zu diesen Themen jede Menge Erfahrung. Das hat mich beeindruckt bis erschlagen, als ich dann das so erforscht habe. Und wenn ihr wüsstet, wie viele Dialoge ich mit euch schon geführt habe in diesem halben Jahr. Meistens so als alternder Mensch zwischen 3 Uhr morgens und 5 Uhr morgens. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und was es gebracht hat, ist auf jeden Fall mich intensiv mit diesen Themen zu befassen, das ich nicht gemacht hätte ohne den Anlass. Dann habe ich mich gerettet in einer Art, wer immer bei mir schon im Seminar war. Was ich dort immer mache, bevor ich selber was erzähle, ist, dass ich die, die da sind, bitte, sich dazu selber Gedanken zu machen. Und zwar fast immer zu zweit. Ich bin totaler Fan von Zweiergruppen, weil da immer aus meiner Sicht das Wesentliche passiert. Das hätte ich hier auch gerne gemacht, natürlich, aber in einer Viertelstunde ein bisschen knapp. Habe ich mir gespart. Aber das, was ich in den Zweiergruppen immer mache, habe ich hier auch gemacht, nämlich mir Fragen auszudenken, die ich stellen würde und mit denen die zwei sich dann beschäftigen und so, die findet ihr auf dem Blatt, was ihr habt. Einige, viele, viele, viele Fragen. Deswegen heißt meine erste Perspektive zu diesem Thema auch, am Anfang stehen Fragen, in der Mitte stehen Fragen und am Ende wieder Fragen, weil ich finde, das ist eine der Hauptkompetenzen, die wir als Begleiterinnen und Begleiter von unterschiedlichen Prozessen haben, relevante Fragen zu stellen. Und ich habe mir jetzt ja naiverweise gedacht, wenn ihr so etwas in die Hand kriegt, dann macht ihr das so wie ich, hier, guckt gleich mal, was da ist. Und dann hättet ihr euch theoretisch mit diesen Fragen schon ein bisschen beschäftigt. Die sind allerdings jetzt sehr überwältigend, weil es sind so viele. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass ich darauf mich jetzt wirklich beziehen kann. Aber gerne würde ich es, weil hier sind lauter beschriebene Blätter. Also ihr kommt hier immer schon als sehr erfahrene Menschen. Und das passt auf unser Thema auch sehr gut, wenn es um Dialog geht, sich nicht einzubilden, da kommen Menschen und die wissen nichts, sondern die bringen jede Menge Erfahrung mit, Geschichte mit, persönliche, kulturelle Unternehmensgeschichte, alles Mögliche und alles, das ist immer da. Und sich dafür zu interessieren, das rauszufinden, finde ich sehr lohnend. Dann habe ich mich noch auf eine andere Weise gerettet, was ich immer tue auch. Ich habe mich erfolgreich gewährt sozusagen gegen digitalisiertes Vorstellen und habe alles das, was mir eingefallen ist, das heißt alles nicht, sondern Verdichtung von dem, was mir im Laufe dieses halben Jahres eingefallen ist, habe ich aufgeschrieben. Und das habt ihr alle schon in der Hand. So, das heißt, ich kann ganz beruhigt, was immer, ich kann hier was erzählen, ein paar Betonungen machen, die von dem, was da steht, aber vielleicht auch das eine oder andere, was da nicht steht. Und ihr könnt euren Stift gerade verwenden, einfach um irgendwo was anzuzeichnen, aber ihr braucht nichts mitzuschreiben. Weil ihr könnt es anschließend nachlesen, zum Beispiel in Ruhe. Zum Beispiel, wenn ihr eigentlich noch gar nicht da seid, sondern denkt, ich habe noch was zu tun mit vorgestern oder falls ihr gestern auf einer Demo wart, das war doch sehr eindrucksvoll, finde ich. Also für uns, für Susanne und mich zum Beispiel in Nürnberg, auch in Nürnberg immerhin, nicht so viel wie in Hamburg, aber doch. Ja, und ich habe die Überschrift etwas verändert, weil erst habe ich ja gedacht, ich könnte einfach was erzählen zu diesem Spezialgebiet von Dilemmata und wie geht es mit Paradoxa und Oxymoron, Oxymora, also was gar nicht, gar nicht, gar nicht geht. Und dann habe ich gedacht, ja, aber das Thema, das ist ja viel weiter. Und dann wusste ich auch nicht, dass du da was erzählen würdest dazu. Also hätte ich mir denken können, habe ich aber nicht. Dann habe ich gedacht, ja, ich muss ja zu dem ganzen Thema mir Gedanken machen und dann hat sich das ausgeweitet. Und etwas, was ich kann allerdings, ist, wenn Leute, wenn das sich sehr ausweitet, ich kann das dann irgendwann wieder verdichten. Also ich bin eher ein Verdichter, als jemand, dem selber was einfällt. Aber was anderen Leuten einfällt, kann ich gut auf einen Punkt bringen meistens. Und das habe ich gemacht, auf dem, was ihr da lesen könnt, und davon mache ich jetzt wieder noch ein paar Verdichtungen. Ich bin ein Fan von Fragen, habe ich gelesen in diesem Programm, da stehen ja auch Fragen. Und über eine bin ich gestolpert, die hieß, gibt es kulturelle Geheimrezepte in Unternehmen im Blick auf gelingende Kommunikation sowie erfolgreiche Konfliktbewältigung? Und dann habe ich gedacht, ja, logisch, gibt es da. Als nächstes fiel mir ein, aber nicht mehr geheim. Also die sind längst bekannt und die sind so einfach, das sie alle kennen, nur oft nicht machen. Das habe ich ganz am Ende, auf der zehnten Seite, habe ich euch vieles davon zusammengestellt. Also könnt ihr auch ganz beruhigt später lesen. So jetzt, achso, und was ich noch für einen Vorteil habe, indem ich das hier habe, brauche ich nichts auswendig wissen, sondern ich habe das ja auch hier liegen. Und das heißt, ich kann immer gucken, wo ich gerade bin und was ich betonen will, und das mache ich jetzt auch. Und du, Thorsten, hast ja schon auch was gesagt zu Konflikt- und Dialogkultur, also zu diesem größeren Thema. Ich habe da auch geschaut, was unser Meister dazu geschrieben hat. Und erst mal, was Organisationskultur ist, fand ich nochmal interessant. Das heißt, er schreibt, da gelebte Antworten auf Fragen der Leistungserbringung und der Lebensqualität der beteiligten Menschen in informellen und formellen Bereichen des Zusammenwirkens. Der Begriff Kultur kann dabei beschreibend und wertsetzend verwendet werden. Die Unterscheidung finde ich auch ganz wichtig. Reden wir über Werte, die wir damit meinen, oder reden wir über etwas, was dort faktisch passiert und wie hängt das zusammen? Und dann habe ich eine Definition gefunden, die heißt, was meint denn Dialog und Konfliktkultur und schreibe dann das, oder habe mir das so ausgedacht, meint die Art und Weise, das Wie der Kommunikation und Verständigung, beziehungsweise der Auseinander- und Zusammensetzung unter den Beteiligten. Und dabei, das habe ich dann bei einem Kollegen gefunden, den ich euch da auch zitiert habe, ja, nämlich ein tolles Buch. Ich bin ja so ein Buchfinder, also meistens, wenn ich was vorbereite, finde ich was, was gerade erschienen ist. Und eins davon stammt von Volkmar Koch und heißt, ich kriege keine Prozente, Holistic Company, Vision eines mit Liebe geführten Unternehmens. Das hat mich sehr angesprochen und dazu werde ich euch auch in einer Perspektive einiges zumuten. Der unterscheidet in diesem Buch drei Ebenen, wenn es um dieses Thema Dialog und Konflikt geht, nämlich das beobachtbare, erlebbare Denk-Fühl-Verhaltensweisen, Unterschieden von den jeweils gültigen, vereinbarten Rahmenbedingungen, Gewohnheitsbildungen und so weiter und die darunter oder dahinterliegenden Werte, Normen, Glaubenssätze, Ansprüche und nochmal dahinterliegend bestimmend wirkende Menschen- und Weltbilder. Zum Beispiel auch die nicht hinterfragten oder nicht hinterfragbaren Axiome. Diese Unterscheidung finde ich sehr sinnvoll, wenn man guckt, das wäre auch vielleicht eine interessante Erweiterung des Perspektivenmodells. Ja und jetzt kommt meine Hauptzumutung, das ist auf der Seite vier, nur ist das bei euch leider nicht durchnummeriert. Perspektive drei, da habe ich schon mal vorsichtshalber hingeschrieben, eine Zumutung. Und da spiele ich mit dem, was mich immer schon beschäftigt, was ich auch gedacht habe, was die Grundüberschrift sein könnte über Dialog und Konflikt, nämlich zwei Zugangsweisen oder zwei Bewegungsweisen, nämlich unterscheiden, Unterschiede machen, differenzieren und verbinden. Das wussten die Alchemisten schon, die nannten das Solve et Coagula, also haben sich auch beschäftigt, Dinge auseinanderzunehmen und dann wieder zusammenzusetzen in der Hoffnung, dass sie den Stein der Weisen finden. Da bin ich auch noch dabei, deswegen interessiert mich das so. Und in diesem Buch, Holistic Company, erzählt der Kollege, dass dieses Unterscheiden und Verbinden zwei komplementäre Grundbewegungen sind, und zwar der kosmischen, irdischen und menschlichen Evolution, und ich habe es dann etwas zugespitzt, als Grundprinzip der schöpferischen Liebe. Das kann ich jetzt nicht sehr ausführen, ich habe es euch aber etwas ausführlicher dort aufgeschrieben. Das ist ein Weltbild, was dahinter ist. Also es ist die Einheit, die differenziert sich aus in die Vielfalt, die wir heute haben, und dann tendiert man dazu dabei, verloren zu gehen. Und das ist die Frage, wie kriegt man das wieder zusammen? Und da ist eine der Grundformen, statt entweder oder zu konzipieren, ein sowohl als auch zu konzipieren. Das wäre sozusagen eine Meta-Regel dazu. Findet ihr dort, und das Menschenbild, das ich dazu formuliert habe, heißt, der Mensch ist ein Wesen mit der Fähigkeit zur Unterscheidung, biblischerweise in der Essen vom Baum der Erkenntnis, ebenso wie die Sehnsucht nach, sowie die Fähigkeit zur Liebe als Teilnehmer an diesem Kosmos und der Freiheit und die Gabe, zugleich Aufgabe, sich zwischen diesen komplementären Polen verantwortlich zu bewegen. Dann meine These zu unserem Thema. Sowohl im Dialog als auch im Konflikt geht es wesentlich, um das komplementäre Zusammenspiel dieser beiden Grundbewegungen, differenzieren, auseinandernehmen, man könnte sagen, es ist analytisch unterscheidendes, vielleicht auch gedankliches durchdringen, und integrieren, zusammensetzen, ich habe es mal genannt, durch synergetisch verbindendes, gefühlsmächtiges bewerten, das wäre jetzt ein jungstes Modell dazu. Im Sinne eines verantwortungsbewussten, atmenschöpferischen, kulturellen Liebesakts, habe ich das genannt. Jetzt die Frage, was ist da mit Liebe gemeint? Da gibt es ja auch jemanden, der sich da wirklich auskennt, oder viel dazu geschrieben hat, Erich Fromm, auch was es gesellschaftlich bedeutet, und er sagt, Liebe ist eine leidenschaftliche Bejahung eines Objekts, sie ist kein Affekt, sondern ein tätiges Streben und eine innere Bezogenheit, deren Ziel das Glück, das Wachstum und die Freiheit ihres Objekts ist. Hohe Abstraktionsebene lässt sich aus meiner Sicht aber sehr wohl auch auf Unternehmenskontexte anwenden. Also ist die Haltung, die wir haben, was immer das Gegenüber ist, und das können Menschen genauso wie Produkte sein oder umwelten, gibt es so etwas wie eine Ausrichtung, wo das Ziel ist, das Glück, das Wachstum und die Freiheit dieser Beteiligten zu steigern. Könnte man, hat man jetzt auch gerade was, das Klima, können wir es auch gut anwenden. Habe ich euch zitiert, kleines Buch von Friedrich Glasl, der da wirklich auch viel geforscht hat. Dann noch eine Betonung möchte ich gerne machen, die mich sehr beeindruckt hat in der Beschäftigung mit diesem Thema. Ein naturphilosophisches Modell von acht Verantwortungsdimensionen, Klaus-Michael-Meyer-Abich, falls ihr von dem noch nichts gehört oder gelesen haben solltet. Es lohnt sich sehr. Ich zitiere da aus einem Buch, das heißt Aufstand für die Natur von der Umwelt zur Mitwelt. Und er sagt, wir haben acht Verantwortungsbereiche. Acht Verantwortungsebenen und das gilt für Führungskräfte genauso wie für Begleiterinnen und für unser normales Leben. Er sagt, das eine ist das autonome Ich. Die schwierige Form dabei wäre Egoismus. Das nächste ist die Sippe, die Familie. Da würde man vielleicht jetzt auch Unternehmen schon dazu tun. Die negative Form wäre Nepotismus. Also ich kümmere mich nur um diese engere, unser Firma und Co. Darunter liegende Ebene, die Volksgenossinnen und Genossen. Also das wäre sozusagen Nationalismus. Da haben wir jetzt ja auch Themen laufen. Dann die gegenwärtigen, nächste Ebene, die gegenwärtigen Menschen nah und fern, also die gegenwärtig lebende Menschheit, wäre Anthropozentrismus. Nächste Ebene drunter, die Menschheit in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Also nicht nur wir heute, sondern auch unsere Enkel zum Beispiel oder Kinder. Nächste Ebene drunter, die höheren Tiere unter sich, Mammalismus, also alle, die gesäugt werden. Nächste Ebene drunter, die Gemeinschaft der Lebewesen, Tiere, Pflanzen, Pilze und so, biozentrik. Und darunter die ganze Natur, die Rundheit der Welt, nennen der Maya Abichtes, als physiozentrik. Und ich denke, wir bräuchten dringend, bei den Entscheidungen, die wir zu treffen haben, zu überlegen, auf welcher Ebene sind wir da jeweils tätig und welche vernachlässigen wir oder haben wir gar nicht im Blick. Hat mich sehr beeindruckt. Dann zum Thema, jetzt gehe ich zur Perspektive 4, soziale Konflikte und ihre Lösungen. Auch da habe ich ein Modell entdeckt, was mich sehr beeindruckt hat, von Friedrich Glasl. Er nennt es, aha, jetzt bin ich bei 15 Minuten, sieben Schritte einer metanoischen Mediation, nennt er das, das kann ich leider nicht sehr ausführen, aber ich habe es euch rauskopiert aus einem seiner Bücher. Verschiedene Schritte, wann die nötig sind, damit ein Konflikt wirklich nachhaltig gelöst wird. Der erste Schritt ist überhaupt Bereitschaft, sich darüber zu unterhalten. Zweiter Schritt ist, sich kognitiv auseinanderzusetzen über die Unterschiede und die sich auch gegenseitig zu erzählen, solange bis man es sich gegenseitig versteht, ohne dem zuzustimmen. Nächste Ebene wäre die emotionale, also auch einzubeziehen, die ganzen Verletzungen, die damit verbunden sind und auch die sich zur Verfügung zu stellen. Und der letzte, der wesentliche Schritt, er nennt es den tiefsten Wendepunkt, wäre das Aufspüren und Anerkenntnis der Bedürfnisse aller Beteiligten als gleichwertig. Und von dort her könnte es dann wieder in konstruktive Konfliktlösungen gehen und Abkürzungen davon gibt es nicht so richtig, wenn die Konflikte wirklich nachhaltig sind, also die Konfliktpartnerinnen und Partner künftig nach der Lösung auch wieder intensiv zusammenarbeiten sollen. Er nennt es U-Prozess und das war deutlich früher als das von Klaus Otto Schama. Ja, dann noch ein Stichwort, was mir eingefallen ist aus meiner Ausbildung, vor der TA-Ausbildung, der Bürger Goos hat mal ein Modell erfunden, der hat unterschiedliche Streitstile, unterschieden, nämlich die Maurer und die Maurer. Man sagt, das macht einen fundamentalen Unterschied, ob jemand streitet, sich auseinandersetzt durch Heftigkeit oder durch Rückzug und was die Vor- und Nachteile sind und was nötig ist, damit die sich jeweils verständigen. Können Sie sich lohnen, nachzulesen mal. Und dann habe ich gefunden, auch bei Friedrich Glasl, die Unterscheidung zwischen heißen und kalten Konflikten. Speziell bei Organisationen sehr bedeutsam. Sind es Leute, die sich auseinandersetzen und dann kommen die Sachen wirklich auf den Tisch? Oder gibt es ganz viel Unterschwelliges, was durch passive Aggressivität oder sonst wie versucht wird zu leben? Und da gibt es unterschiedliche Vorschläge, wie das gehen könnte. Also was bei heißen Konflikten Schlüsselstrategien sind und bei kalten Konflikten, auch das habe ich euch aufgeschrieben, brauche ich jetzt hier nicht weiter zu erzählen. Letzte Perspektive, habe ich genannt Haltungs- und Handlungsempfehlungen und ein paar davon will ich betonen noch. Die wichtigste finde ich, ich habe es genannt, die Haltung des echten Interesses. Man könnte auch sagen, der echten Neugier. Ich möchte wirklich wissen und das gilt für den Dialog und für den Konflikt noch mal in gesteigerter Form. Ich möchte wirklich wissen und nicht ich weiß schon, was du denkst, was deine, eure Sicht der Dinge ist als Partnerinnen, Partner, Gegner und je heftiger das ist, desto mehr sich die Zeit zu nehmen, sich wirklich zu interessieren und nicht meine Vorurteile weiter zu pflegen. Martin Buber hat sich da zu viel Gedanken gemacht und wir werden hier, glaube ich, einen Workshop auch haben zu David Bohm-Dialog-Format. Da könntet ihr euch das noch mal genauer angucken, der hat sich das aus dem universitären Bereich kommend auch ausgedacht. Dann habe ich eine Formulierung, die heißt, Unterschiede wahrnehmen als potenzielle Bereicherung. Ich weiß, dass das sehr naiv formuliert ist erstmal und trotzdem, finde ich, hat es eine Perspektive. Wann immer ich einen Unterschied merke, gehe ich sofort in, ah, was hat das mit mir zu tun und wie gefährdet es mich oder wie könnte das denn eine bereichernde Perspektive sein zu denen, die ich schon habe. Vorletztes, Gegensätze achtsam umspielen, habe ich das genannt. Also bei Gegensätzen geht es oft nicht da, also weder um Konfrontation noch um Friede vor der Eierkuchen, sondern es braucht eine etwas leichtere, spielerische Art und Weise damit umzugehen und eine körperliche Form dafür ist die liegende Acht. Die zu inszenieren, sei es selber mit der eigenen Hand oder sei es inszenierterweise in Aufstellungen, ist da oft sehr hilfreich. Dann das Stichwort Metakommunikation, für mich auch eine zentrale Empfehlung. Wann immer es schwierig wird, wenn es irgend geht, lasst uns loslassen, worum es gerade geht. die Sachebene oder sonst wie und lasst uns auf einer anderen Ebene reden, wie wir gerade miteinander reden und ob wir nicht eine Form finden können, die das leichter macht. So. Ja, und was die Organisation betrifft, ich habe geschrieben, gedachte statt gewohnheitsmäßige Rahmensetzungen in Zeit und Raum, damit ebenbürtige Begegnung möglich wird, das hat wirklich oft ganz räumlich, wo treffen wir uns, nach Möglichkeit am dritten Ort, wenn es besonders schwierig ist schon, und haben wir wirklich auch einen Zeitrahmen, der so gesetzt ist, dass das, was wir zu lösen haben oder zu besprechen haben, eine Chance hat, dass es in erkundender Weise, dass wir erkunden können, statt uns gegenseitig unsere Meinungen zu erzählen. Talk, Show. Dann habe ich zwei Dinge noch, einen Text, den würde ich euch gerne vorlesen und eine Leseempfehlung, nämlich fiel mir dann vor 14 Tagen ein weiteres Buch zu, das ich jetzt fast durch habe und das sehr genial ist, deswegen habe ich es euch schon mal unten, ganz unten hingeschrieben, von Fritz Reheiß, die Resonanzstrategie, warum wir Nachhaltigkeit neu denken müssen. Sehr intellektuell, sehr herausfordernd, aber sehr lohnend. Habt ihr dort als Literatur, Literaturangabe. Zum Schluss, ich habe einen Text gefunden von Laoze, da geht es jetzt noch mal um das Thema Liebe, deswegen möchte ich euch das noch mal zumuten. Und der Text heißt, Pflichtbewusstsein ohne Liebe macht verdrießlich. Verantwortung ohne Liebe macht rücksichtslos. Gerechtigkeit ohne Liebe macht hart. Wahrhaftigkeit ohne Liebe macht kritik süchtig. Klugheit ohne Liebe macht betrügerisch. Freundlichkeit ohne Liebe macht heuchlerisch. Ordnung ohne Liebe macht kleinlich. Sachkenntnis ohne Liebe macht rechthaberisch. Macht ohne Liebe macht grausam. Ehre ohne Liebe macht hochmütig. Besitz ohne Liebe Besitz ohne Liebe macht geizig. Und Glaube ohne Liebe macht fanatisch. Vielen Dank fürs Zuhören. Applaus Applaus